Der Geist 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 nur erschaffen, damit sie mir dienen. Das ist aus Surat Al-Dhariyat, die 56. Ayah. Die Bedeutung von mir dienen ist an ihn als einen einzigen zu glauben. Und das Gewaltigste, was Allah befohlen hat, ist der Monotheismus. Dies bedeutet, ihn alleinig anzubeten. Und das Gewaltigste Verbot ist die Beigesellung. Und diese ist, dass man neben ihm jemanden anruft. Und der Beweis ist die Aussage des Ahabenen, وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Und dient Allah und gesellt ihm nichts bei Surat Al-Nisa, Vers 36. Und wenn du gefragt wirst, welche der drei Grundlagen sind euch verpflichtet worden von der jeder Mensch Kenntnis besitzen muss, so sage die Kenntnis des Dieners über seinen Herrn, seine Religion und seinen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Die erste Grundlage, die Erkenntnis Allahs oder die Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du gefragt wirst, wer ist dein Herr, so sage mein Herr ist Allah, derjenige, der mich und all seine Weltenbewohner durch seine Gabe erzogen hat. Und er ist der, den ich anbete, und außer ihm bete ich nichts an. Und der Beweis ist die Aussage des Ahabenen, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alles so gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Welten, das ist surat Al-Nisa, Welten ist alles außer Allah. Und ich bin auch ein Teil dieser Welt. Und wenn du gefragt wirst, wie hast du deinen Herrn erkannt, so sage durch seine Zeichen, seine Geschöpfe, zu seinen Zeichen gehören die Nacht, der Tag, die Sonne und der Mond. Und zu seinen Geschöpfen gehören die sieben Himmel, die sieben Erden und was in ihnen und was zwischen beiden ist. Und der Beweis ist die Aussage des Erhabenen, und zu seinen Zeichen gehören die Nacht und der Tag, die Sonne und der Mond, und werft euch weder vor der Sonne noch vor dem Mond nieder, sondern werft euch Allah nieder, der sie erschaffen hat, wenn ihr tatsächlich ihm alleine dient. Surat Fussilat, Vers 37 Und die Aussage des Ahabenen, Gewiss, euer Herr ist Allah, der die Himmel und die Erde in sechs Tagen erschuf und sich hierauf über den Thron erhob. Er lässt die Nacht den Tag überdecken, wobei sie ihn eilig einzuholen sucht. Und er erschuf die Sonne, den Mond und die Sterne durch seinen Befehl Dienstag gemacht. Sicherlich sein ist die Schöpfung und der Befehl. Segensreich ist Allah, der Herr der Welt. Und der Herr ist der Anbetungswürdige. Der Beweis hierfür ist die Aussage des Ahabenen, wo ihr Menschen dient eurem Herrn, der euch und diejenigen vor euch erschaffen hat, auf das ihr gottesfürchtig werden möget. Der euch die Erde zu einem Ruhebett und den Himmel zu einem Gebäude gemacht hat und vom Himmel Wasser herabkommen lässt, durch das er dann für euch Früchte als Versorgung hervorbringt. So stellt Allah nicht andere als seinesgleichen zur Seite, wo ihr es doch besser wisst. Surat al-Baqarah, Vers 21-22. Ibn Kathir, möge Allah sich ihm erbarmen, sagte, der Schöpfer von all diesen Dingen ist der Einzige, dem die Anbetung gebührt. Das ist der Abschnitt, liebe Geschwister, den wir heute, inshallah ta'ala, vorhaben. Er hört sich viel an, aber wir werden, inshallah ta'ala, versuchen, das durchzugehen, denn es gibt viele Textbeweise, die, inshallah ta'ala, sich von selbst, die selbst erklärend sind. Zunächst einmal, wisse, möge Allah dich zur Gehorsamkeit leiten, das heißt, der Autor, möge Allah ihn belohnen, betet für dich, betet für dich, dass die Hanifiyah die Religion Ibrahims bedeutet, dass du Allah einzig anbetest und aufrichtig in der Religion zu sein hast. Wir wollen uns kurz unterhalten über den Begriff der Hanifiyah. Der Hanifiyah. Der Begriff Hanifiyah, liebe Geschwister, kommt vom arabischen, von der arabischen Wortwurzel, die aus drei Buchstaben steht, Ha, Nun und Fa. Und Allah subhanahu wa ta'ala, und das bedeutet Hanifiyah, bedeutet arabisch, sich zur Seite wenden, biegen, sich zur Seite wenden. Und was ist dann mit der Hanifiyah gemeint? Die Hanifiyah gemeint ist, dass man sich vom Schirk weg abwendet in Richtung Tauhid. Dass man sich vom Schirk abwendet in Richtung Tauhid. Deswegen ist mit der Hanifiyah nichts anderes gemeint als der Tauhid selbst. Das heißt vom Schirk weg in Richtung Tauhid. Also wenn wir sagen Hanifiyah, dann meinen wir damit den Tauhid. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat Ibrahim a.s. als einen Hanif bezeichnet. Und deswegen hat der Autor auch dieses Beispiel hier erwähnt. Er sagte, wisse, dass die Hanifiyah, die Religion Ibrahims, bedeutet das und das und das. Warum hat er Ibrahim als Beispiel genannt? Ich meine, jeder Prophet ist ein Beispiel für die Hanifiyah, zweifellos. Aber unser Prophet Abraham a.s. ist ein Paradebeispiel für die Hanifiyah. Warum? Weil er, möge Allah subhanahu wa ta'ala, mit ihm zufrieden sein und ihm Segen und Heil schenken. Weil er ist ein Paradebeispiel, wie man mit einem mit einem ganzen Volk umgeht, das Götzendiener gewesen ist oder das Götzendiener bestand. Und zu ihnen gehörten auch seine eigene Familie, im Speziellen natürlich, also sein Vater. Das meinte ich mit seiner eigenen Familie. Wir wissen, dass sein eigener Vater und sein eigenes Volk Götzendiener waren und warum ist er auch ein Paradebeispiel? Weil er a.s. von klein auf schon erkannt hat, dass der Schirk ein Irrweg ist und weil er standhaft blieb bis zum Ende seines Lebens und dazu gehörte, dass man ihn versucht hat zu ermorden aufgrund seines Tauhid. Wir wissen die Geschichte aus dem Koran und Karim, dass das Volk von Ibrahim a.s. sie haben ein riesengroßes Feuer entfacht und mit dem Ziel was? Mit dem Ziel Ibrahim in dieses Feuer hineinzuwerfen. Und wir reden so einfach über diese Geschichte, aber immer wie ich gesagt habe, wie wir über die Prophetengeschichten sprechen, sollten wir uns bewusst machen, wie wäre unser Einer, wie hätte unser Einer an ihrer Stelle gehandelt, wenn er in dieser Situation gewesen wäre, Ibrahim a.s. obwohl man ihm ein Feuer vorbereitet hat und ihn reingeschmeißen wollte, er ist trotzdem standhaft geblieben, obwohl er damit rechnen musste, dass das das Ende seines Lebens sein wird. Aber er war standhaft und hat auf Allah s.w. vertraut und Allah hat ihn dafür belohnt, indem er ihn vor diesem Feuer gerettet hat und gesagt hat, kuni bar dan wa salam man ala Ibrahim, das heißt, sinngemäß übersetzt, Allah sagte zum Feuer, sei, und du sagst, wenn Allah zu etwas sagt, sei denn ist es. Allah sagte zum Feuer, sei kühl und angenehm für Ibrahim und so war das Feuer angenehm für ihn und es hat ihm nicht geschadet und Allah a.s.w. lässt Feuer schaden, wem er will, subhanahu wa ta'ala. Deswegen ist er ein Paradebeispiel, und sagt er, wissen, möge Allah dich zur Gehorsamkeit Allahs leiten, dass die Hanifiyah, und zwar die Abrahamitische Religion, bedeutet, dass du Allah einzig einbetest und aufrichtig in der Religion sein sollst. Okay, über die Sache mit der Anbetung, wie heißt es, darüber haben wir schon ein paar Worte verloren, als wir gesprochen haben über den Begriff der Ibadah, den man im Allgemeinen übersetzt mit Gottesdienst, und wir wollen uns jetzt ein bisschen konzentrieren auf den Begriff des Ikhlas. Denn er sagte, du musst Allah anbeten, aber gleichzeitig aufrichtig in der Religion sein. Und das bedeutet, liebe Geschwister, dass es nicht ausreicht, Allah subhanahu wa ta'ala anzubeten, sondern gleichzeitig musst du den Gottesdienst allen anderen gegenüber verweigern. Das heißt, du glaubst an Allah als den Einzigen, betest ihn nicht nur an, sondern ihn auch ganz alleine an und niemanden machst du zu einem Partner Allah subhanahu wa ta'ala. Das Wort Aufrichtigkeit im Deutschen hat verschiedene Bedeutungen. Deswegen interessiert uns nicht das, was man im deutschen Duden danach lesen kann, sondern uns interessiert, was das arabische Wort Ikhlas hergibt. Und das Wort im arabischen Khalasa hat verschiedene Bedeutungen, unter anderem, wir wollen ja immer erst einmal wissen, was ist die sprachliche Bedeutung des Wortes und wie steht sie im Zusammenhang mit der religiösen Bedeutung. Und immer, je mehr man forscht und sich einliest in die sprachliche Bedeutung, desto klarer wird einem auch danach die religiöse Bedeutung. Inshallah. Zu den entscheidenden Bedeutungen von Khalasa wird das das Verb von Ikhlas gehört unvernischt sein, klar sein, rein sein. Eine Sache ist Khalas, wenn sie rein und klar ist. Gefiltert zum Beispiel, dann ist es Khalas. Okay? Rein von allem, was nicht dazu gehört. Wenn ich zum Beispiel eine Flüssigkeit habe, sie reinigen, dann ist sie hinterher Khalas. Und diese sprachliche Bedeutung versuchen wir zu verknüpfen mit der religiösen Bedeutung. Es geht hier darum, dass die Absicht, die du in deinem Herzen hast, die kann zwar sein, dass du Allahs Zufriedenheit anstrebst, aber es kann auch sein, dass du Allahs Zufriedenheit anstrebst und gleichzeitig auch die Zufriedenheit eines Geschöpfes anstrebst. Und das ist genau was zu vermeiden gilt. Deswegen bedeutet für uns religiös gesehen der Begriff Ikhlas, dass die Absicht unvermengt bleibt. Dass die Absicht unvermengt bleibt. Dass die Absicht rein bleibt für Allah Azzawajal ganz alleine, einzig und alleine und dass wir was die Absicht angeht, Allah nicht zu einem Teilhabe machen. Egal, ob es um einen Engel geht, das heißt um die Geschöpfe, die besten Geschöpfe Allahs, wie man sie sich vorstellt, weil sie sind Diener, die Allah Azzawajal anbeten und niemals müde werden. Oder wenn es um die Menschen geht, die besten der Menschen, die Propheten Allahs. Oder wenn es um Menschen geht, die in diesem Leben ansehen, genießen, wie zum Beispiel die Könige. Oder ob es um irgendwelche normalen Menschen geht. All diese Personen, all diese Geschöpfe, sie sind außen vor, wenn es um die Absicht geht und man darf ihre Zufriedenheit niemals anstreben, wenn es um Dinge geht, bei denen Ikhlas verlangt ist. Und damit alle Gottesdienste, wie zum Beispiel in erster Linie natürlich das Salah, das wir verrichten, die Sakah, die Hajj, die wir verrichten, den Dua, den wir machen, die Gottesfurcht, die wir für Allah haben und so weiter und so fort. Diese Dinge müssen mit Ikhlas geschehen und darüber werden wir Inshallah Ta'ala, wenn wir das durchmachen, was wir heute vorhaben, werden wir beim nächsten Unterricht über einige dieser Ibadat ausführlicher sprechen, Inshallah Ta'ala. Der Autor sagte, möge Allah mit ihm auch zufrieden sein, er sagte, der Beweis dafür, dass wir Allah alleine anzubeten haben und ihm nicht beigesellen dürfen, ist die Aussage im Koran, ich habe die Jinn und die Menschen nur erschaffen, damit sie mir dienen. Der Begriff Jinn ist der Begriff für eine Schöpfung Allah die genauso wie die Menschen erschaffen worden ist, allerdings vor den Menschen erschaffen worden ist, aber die Ähnlichkeit beruht unter anderem oder im Wesentlichen darin, dass sie genauso wie wir die Befehle Allah ausführen müssen und auch zur Rechenschaft gezogen werden, je nachdem, ob sie sich an die Scharia Allah halten oder eben nicht. Der Begriff Jinn kommt vom arabischen Verb Jannah, Jannah, wo auch das Wort Jannah mit H am Ende vorkommt, also das Wort Jannah kennen wir, das ist der Paradiesgarten und das Verb Jannah bedeutet verdecken und warum heißt eben die Jinn Jannah, weil eben diese Welt uns verborgen ist, weil sie über ihr ein Schleier ist, sodass wir sie nicht sehen können mit unseren eigenen Augen und genau das Gleiche gilt für Al-Jannah Al-Jannah hat so viele Bäume, dass der jenige der drin läuft eben auch verdeckt wird und genauso das Gleiche gilt im Arabischen für den Begriff Jannin Jannin ist das Embryo weil es eben auch nicht sichtbar ist im Bauch der Mutter deswegen heißen die Jinn eben Jinn weil sie eine Schöpfung sind die man nicht mit den Augen sehen kann hier in diesem Zusammenhang liebe Geschwister Allah subhanahu ta'ala hat die Menschen die Jinn erschaffen damit wir sie damit wir Allah subhanahu ta'ala dienen ist das auch wirklich der Fall in einer Hinsicht können wir sagen ja aus einem Blick wirklich können wir sagen alle Menschen alle Jinn dienen Allah subhanahu ta'ala und aus einem anderen Blickwinkel können wir sagen es ist nur teilweise der Fall manche dienen Allah und manche dienen Allah subhanahu ta'ala nicht und hier unterscheiden wir zwischen zwei Formen der Ibadah damit wir auch den Koran gut verstehen denn wir haben auf der einen Seite Ayat wo Allah subhanahu ta'ala die gesamten Menschen als seine Diener bezeichnet Ya Ibadah wenn Allah sagt Ya Ibadah 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 Entschuldigung bedeutet meine Diener meine Sklaven weil der Plural von Abd ist unter anderem Ibadah und Ibadah ist dann meine Diener wenn Allah sagt meine Diener sind sie wirklich alle seine Diener im eigentlichen Sinne so wie es sein sollte jetzt haben wir eine Fallunterscheidung wir sagen es gibt zwei Formen der Dienerschaft es gibt eine Form der Dienerschaft der ist jeder Mensch unterlegen kein Mensch kommt aus diesem Kreis der Dienerschaft raus die Tatsache dass Allah dich erschaffen hat und für dich bestimmt hat auf dieser Erde zu leben und für dich Eltern bestimmt hat und für dich bestimmt hat dass du Allah gemäß den Gesetzen Allah den universellen Gesetzen Allah leben musst du kannst nicht anders du musst atmen essen diese Form der Dienerschaft aus der kannst du gar nicht austreten du kannst nicht sagen ich möchte mich aus meiner Sklaverei befreien und atmen was ich atmen möchte dann wirst du zugrunde gehen das heißt in dieser Form der Dienerschaft der ist jeder unterlegen oder dass Allah für dich bestimmt hat wann du geboren bist oder dass du sterben wirst du wirst nicht es schaffen können zu sagen ich möchte dem Tod entgehen geht nicht oder du wirst auch nicht schaffen können der Wiederauferstehung zu entkommen geht auch nicht du wirst auch nicht schaffen können der Abrechnung zu entkommen du wirst nicht entkommen können dem Höllenfeuer oder dem Paradies geht nicht diese Form der Dienerschaft nennt man Ibadah Kauniyah vielleicht könnt ihr euch erinnern als wir mal über den Willen Allahs gesprochen haben das ist der gleiche Zusammenhang wir haben gesprochen über dazu passt eben auch die Ibadah Kauniyah das ist die universelle Dienerschaft oder die allgemeine Dienerschaft der jedes Geschöpf unterlegen ist diese Art der Dienerschaft für die wird man weder belohnt noch bestraft weil ob du groß oder klein bist das ist eine Sache die Allah für dich bestimmt hat dafür kannst du nichts dafür deswegen hängt davon auch nicht die Rechenschaft ab es gibt und darüber sagt Allah im Koran deswegen sage ich damit wir die Ayat richtig verstehen Allah sagte in Surat Mariam niemand in den Himmel und auf der Erde wird zum Al-Abama anders denn als Diener kommen niemand in den Himmel und auf der Erde wird zum Al-Abama anders denn als Diener kommen jeder kommt als Diener Surat Mariam Vers 93 das ist ein Beispiel für die universelle Dienerschaft nicht dass du denkst Alhamdulillah Allah hat mich als Diener bezeichnet also werde ich als aufrichtiger Diener auferstehen nein hier ist nicht die Dienerschaft gemeint für die man belohnt wird dann gibt es eine zweite Form der Dienerschaft das ist die gesetzliche Dienerschaft oder die Dienerschaft die eigentlich gemeint ist das heißt das worum es eigentlich geht die Form der Dienerschaft die du in Anführungsstrichen bestimmen kannst indem du Allah gehorchst oder indem du dich seinem Befehl widersetzt Allah sagte subhanahu wa ta'ala sinngemäß übersetzt in Surat Al-Furqan die Diener des Al-Abamas sind diejenigen die maßvoll auf der Erde umhergehen und die wenn die Toren sie ansprechen die Toren sind die unvernünftigen wenn die Toren sie ansprechen sagen Frieden und diejenigen die die Nacht verbringen indem sie sich im Gebet vor ihrem Herrn niederwerfen und aufrecht stehen und diejenigen die sagen unser Herr wende von uns die Strafe der Hölle ab ihre Strafe ist ja bedrängend gewiss sie ist böse als Aufenthaltsort und bleibe und diejenigen die wenn sie ausgeben weder maßlos noch knauserig sind sondern den Mittelweg dazwischen einhalten und so weiter und so fort Surat Al-Furqan Vers 63 und fortlaufend also gibt es eine große Anzahl von Ayat bei denen Allah die Diener des Allah beschreibt Das ist eine zweite Form der Dienerschaft das ist worum es eigentlich geht das ist die Dienerschaft die 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 speziellen Diener unterscheidet von der allgemeinen Dienerschaft insofern haben wir verschiedene Kreise wie man vielleicht das bildlich darstellt wir haben einen großen Kreis da sind alle Geschöpfe Allahs drin kein Mensch und kein Geschöpf weder die Sonne noch der Himmel noch der Mond kein Gestirn auf der was im Himmel kann dieser Dienerschaft entkommen wir alle sind in diesem Kreis die Gläubigen als auch die Ungläubigen dann gibt es den zweiten Kreis der Dienerschaft das ist die Dienerschaft der gläubigen Muslime das heißt diejenigen die sich ihrem Herrn ergeben haben und darüber hinaus gibt es noch eine Form der Dienerschaft das ist die spezielle Dienerschaft der auserwählten Menschen damit meine ich im Speziellen natürlich die Propheten wenn du möchtest kannst du es noch mehr unterteilen aber als zum Beispiel Allah im Koran sagte Er heißt das heißt hingemäß übersetzt frei von Mängeln sei oder gepriesen sei derjenige der mit seinem Diener bei Nacht von der heiligen Moschee bis zur entfernten Moschee gereist ist diese Dienerschaft jetzt wo Allah beschreibt seinen Propheten Muhammad als ein Diener Allahs hier ist gemeint ein aufrichtiger Diener ein Diener der alles umsetzt was von ihm verlangt ist der sein Leben ausgerichtet hat nach der Zufriedenheit nach dem Angesicht Allahs das ist eine andere das ist eine spezielle Form Dienerschaft wir haben jetzt verstanden dass es Ayat im Koran Karim geht die wir wenn wir diese Sachen nicht verstehen denken wir das sind Widersprüche hier ist Diener hier ist Diener es sind aber zwei verschiedene das sind keine Widersprüche wenn wir die Definitionen dieser verschiedenen Begriffe verstanden haben und wie sie eigentlich gemeint sind das ist wie gesagt nur damit wir verstehen dass Allah sagt ich habe die Menschen Jinn nur erschaffen damit sie mir dienen und so ist es auch tatsächlich das heißt das Schöpfungsziel ist auf jeden Fall erreicht wenn du sagst es ist gemeint die wenn du wenn du allerdings sagst es ist gemeint die gesetzliche Dienerschaft dann sagen wir haben viele Menschen und viele Jinn dieses Schöpfungsziel zweifellos verfehlt möge Allah uns nicht zu diesen Menschen gehören lassen der Autor möge Allah ihn belohnen sagt weiterhin die Bedeutung von mir dienen das heißt ich habe die Menschen die Jinn nur erschaffen damit sie mir dienen er sagt die Bedeutung von mir dienen ist an ihn als einen einzigen zu glauben das heißt an Allah als einen einzigen zu glauben im Arabisch heißt liya'buduni damit sie mir dienen das Wort liya'buduni oder liya'buduni bedeutet damit sie mir dienen manche Tafsir gelerten möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen beim Herzig sein unter ihnen Al-Imam Al-Qurtabi Rahimahullah er sagte der Begriff damit sie mir dienen liya'budun bedeutet liya'buduni das heißt damit sie an mich als den einzigen Gott glauben oder anders übersetzt damit sie den Tauhid umsetzen liya'buduni und wir sagen das ist eine korrekte Interpretation zweifellos aber das ist keine ausschließende Interpretation und das ist eine wichtige Angelegenheit bei dem man im Tafsir öfter hinweist der Begriff Allah zu dienen wir haben über den Begriff dienen und Dienerschaft und Ibadah gesprochen und wir haben gesehen dass dort viele Begriffe man reinpacken kann gerade wenn man den Begriff Ibadah als Ta'ah versteht wie wir das verstanden haben als wir die Definition von Scheich Islam Rahimahullah ta'ala erwähnt haben und sicherlich könnt ihr euch inshallah daran erinnern da haben wir gesehen dass Dienerschaft bedeutet mehr als nur Tauhid Tauhid ist eine Sache aber man kann sein ganzes Leben nach Allah subhanahu ta'ala ausrichten und deswegen nennt man diese Form von Tafsir Tafsir subhanahu ta'ala O ihr Menschen fürchtet euren Herrn und ein Tafsir Gehrter sagt damit sind die Leute aus Makkah gemeint dann ist das eine Interpretation dieses Wortes gemäß einem Teil seiner Bedeutung der Gehrter hat nicht gesagt damit sind nur die Leute aus Makkah gemeint und sonst niemand anderes sondern er sagte damit sind die Leute von Makkah gemeint aber natürlich auch alle anderen entweder primär oder sekundär entweder direkt oder indirekt du kannst sagen indirekt weil die Eier ein Erster in den Herbst gesandt worden ist in einer bestimmten Zeit vielleicht in einem bestimmten Ereignis aber es bedeutet doch nicht dass alle anderen Menschen ihren Herrn subhanahu ta'ala nicht fürchten sollen okay und deswegen kehren wir jetzt zu dieser Eier zurück als Allah sagte damit sie mir dienen und jemand sagt gemeint ist damit sie den Tauhid umsetzen sagen wir das ist ein Teil des Dienens und das ist eine korrekte Interpretation aber sie ist nicht ausschließend was ist der Nutzen dieser Worte die ich gesagt habe Nutzen ist wenn wir zum Beispiel hören der eine sagt dies und der andere sagt das bei der einen und der gleichen Aya dann ist das kein Widerspruch sondern jeder interpretiert es gemäß einer korrekten Bedeutung und so schließen sich so ergänzen sich diese verschiedenen Tafsirs und sie schließen sich nicht aus der Tauhid lässt sich wie wir wie wir kennen und wie wir sicher schon öfter gehört haben aber ihr wisst ja in der Wiederholung Wiederholung ist sehr sehr wichtig denn je öfter man eine Sache hört desto besser prägt man sie sich ein und dadurch dass du sie häufig gehört hast wird sie bei dir zu Aqida das heißt es wird zu dir zu einem einem unbedingten einem einem festen Bestandteil deines Glaubens den du für wahr empfindest und für wahr hältst und den du nicht anzweifest je öfter du hörst dass der Islam die wahre Religion ist desto fester wird sich dieser Glaube in deinem Herzen verankern und je mehr Zeichen und Beweise du hast desto stärker wird dein Iman ebenfalls deswegen ist es kein Problem wenn man ein Thema mehrmals hört liebe Geschwister damit es besser sich einprägt der Tauhid der von Allah von den Menschen verlangt wird im gesamten Koran und in der gesamten Sunna des Propheten lässt sich zusammenfassen wunderbar in drei verschiedene Kategorien die erste Kategorie bezieht sich nennt man im Arabischen Ar-Rububiyya das bedeutet das Herrsein des Rabbseins Allah Das heißt wenn wir diese Sachen verstanden haben dann wissen wir was Tauhid bedeutet erst mal die Rububiyya das heißt dass wir Allah als einzigen Rabb anerkennen und natürlich gemäß der Sache Leben unser Leben ausrichten das heißt zum Beispiel das haben wir an anderer Stelle ausführlicher erwähnt ich mache jetzt nur ein Beispiel dazu wenn Allah unser Rabb ist dann ist er unser zum Beispiel unter anderem bedeutet dass er der Lenker des Universums ist er ist derjenige der alles leitet in diesem Universum dann bedeutet es automatisch für mein Leben denn Aqid ist ja keine theoretische Sache sondern Aqid ist etwas Praktisches in erster Linie oder es ist auf jeden Fall beides ist praktisch und auch theoretisch Aqid liebe Geschwister bedeutet zum Beispiel in Bezug auf dass Allah derjenige ist der alles leitet bedeutet dass wenn ich in einer Notlage bin dass ich mich an meinen Herrn alleine wende wenn ich ein Problem habe wenn ich krank bin wenn jemand geheilt werden soll dass wir uns an Allah einzig und alleine in unserem Bettgebet wenden weil wir glauben dass er derjenige ist der diese Sache bestimmt hat und er derjenige ist der diese Sache von uns das Übel wieder von uns nehmen kann wenn er will subhanahu ta'ala das Bett deutet praktisch und deswegen hat uns Allah die Aqidah im Koran Karim auf schönste Art und Weise beigebracht weil Aqidah sollen wir nicht lernen als etwas theoretisches Konstrukt sondern wir sollen lernen das in der Praxis anzuwenden in der Praxis liebe Bruder hast du ein Problem als erstes wendest du dich Allah und als zweites versuchst du das zu machen was du machen kannst wenn dir diese Möglichkeiten überhaupt zur Verfügung stehen zweitens die zweite Form des Tauhid die Gelehrten nachdem sie den Koran gelesen haben und untersucht haben und den Hadith gesammelt haben die vom Tauhid handeln haben sie gesehen es gibt eine zweite Form des Tauhid bei der es um die Anbetung Allahs geht das heißt die Ayat im Koran sind klar dass Allah nicht möchte dass jemand einen Gottesdienst jemand anderem widmet außer Allah das haben die Gelehrten dann als Uruhiyah genannt und als drittes geht es um die Nameneigenschaften Allahs das heißt wir haben gelesen im Koran und der Sunnah sobald jemand diese eine dieser drei Kategorien verletzt verlässt er den Begriff des Tauhid und geht über zum Begriff des Shirk warum weil Tauhid bedeutet Allahs als den Einzigen anzuerkennen an ihn zu glauben und so weiter und sobald du in einer Sache die Allah einzig und allein gehört ihn zum Partner machst ihn zu einem Teilhaber machst dann hast du ihn nicht mehr als den Einzigen Gott anerkannt und deswegen ist es wie heißt es fatal wenn man diese Kategorien des Tauhid verletzt und wenn man natürlich darüber ausführlicher sprechen würde würde man jetzt noch weiter hineingehen was das im Einzelnen bedeutet wir werden im Laufe des nächsten Unterrichts mehr eingehen auf den Begriff der Urruhiyah weil es hier um den Begriff der Anbetung geht und der Autor hat auch dieses Heftchen geschrieben in erster Linie in Bezug auf Leute die den Tauhid der Urruhiyah verletzt haben warum weil den Tauhid der Rububiyah da bist du im Bereich des Götzendienstes Entschuldigung da bist du im Bereich natürlich du bist immer im Bereich des Götzendienstes aber du bist dann in einem Bereich von Menschen die sehr selten sind also Menschen die glauben dass es viele Schöpfer gibt Menschen die glauben dass es was es Leben Allah andere gibt die leben lassen und sterben lassen und so weiter das ist ein Bereich der sehr klein ist der größte Bereich dem der Prophet sich gewidmet hat und dem die Ayate sich widmen sind diejenigen Menschen die an ein Wort glauben aber die andere beim Gottesdienst beigesellen und der dritte Teil des Tauhid wird auch in diesem Heftchen überhaupt nicht oder fast nicht behandelt weil es um die Eigenschaften Allahs weil das auch eine späte Erscheinung ist okay die gab es auch schon vor dem Auto zweifellos aber das ist nicht das Problem der meisten Menschen das Problem der meisten Menschen ist diese Kategorie der Uruhiyah und zwar wenn es um die Göttlichkeit Allahs geht und die verletzt wird wenn wir über die Nameneigenschaften sprechen dann vielleicht als Erinnerung aus anderen Unterrichten die ich schon gehört habe da geht es um diese Begriffe Tahrif Temthil Takif und Ta'atil die man an entsprechender Stelle nachlesen kann lesen wir weiter was der Autor zu sagen hat mit Allah zufrieden sein er sagte die Bedeutung von mir dienen ist an mich an einen einzigen zu glauben und daraus können wir folgendes ableiten wenn Allah sagt subhanahu wa ta'ala ich habe die Menschen die Jinnu erschaffen damit sie mir dienen dann weißt du dass dieser Tauhid das gewaltigste ist automatisch was Allah für uns verlangt hat das edelste denn das ist der Zweck der Schöpfung der Sinn der ganzen Schöpfung und dann weißt du automatisch auch dass das Gegenteil davon das fatalste und gefährlichste und größte Verbrechen ist was es überhaupt gibt es gibt keine schlimmere Sünde kein schlimmeres Verbrechen keine schlimmere Gräueltat als dass man Allah etwas beigesellt das ist schlimmer als Mord das ist schlimmer als Sinner das ist schlimmer als Zins nehmen als Zins geben das ist schlimmer als Betrug es ist das Schlimmste was man sich überhaupt vorstellen kann warum die Rechte Allah verletzt werden und genau deswegen sagt der Autor das Gewaltigste was Allah befohlen hat ist der Tauhid und dies bedeutet ihn alleinig anzugehen und dann sagt er gleich danach und das Gewaltigste Verbot ist die Beigesellung und diese ist dass man neben ihm jemanden anruft und hier sei eben noch einmal der Hinweis dass der Tauhid eines Muslims kann niemals gültig sein bis er nicht beide Säulen des Tauhid umsetzt und die beiden Säulen des Tauhid sind eben der ganze Tauhid ist auf zwei Säulen aufgebaut die eine Säule ist dass du Allah anbetest und die andere Säule ist dass du niemanden neben Allah anbetest das heißt dass du die Anbetung allen anderen gegenüber verweigerst und wenn das eine fehlt ist das andere fällt das andere in sich zusammen das heißt der gesamte Tauhid fällt zusammen wenn eine dieser beiden Säulen verletzt ist und deswegen reicht es nicht aus dass ein Mensch sagt ich glaube an Allah und ich bete zu Allah und ich mache gute Dinge und ich habe ein gutes Herz und ich helfe und spende und so weiter das reicht nicht aus es sei denn natürlich die Sachen werden für Allah gemacht und gleichzeitig wird der Gottesdienst allen anderen gegenüber verweigert das heißt wir sind ungläubig allen anderen falschen Göttern gegenüber und wir glauben ganz einzig und allein an Allah subhanahu wa ta'ala und deswegen verstehen wir warum der Mensch durch diese Verletzung des Tauhid durch den Schirk den Islam verlässt weil das eine ist nicht mit dem anderen vereinbar du kannst nicht gleichzeitig ein Mouahid sein ein Mouahid ist jemand der den Tauhid umsetzt und gleichzeitig Schirk begehen das eine ist mit dem anderen theoretisch nicht vereinbar ich rede jetzt nicht von der Unterscheidung von großen Formen des Schirk und kleinen Formen das ist was anderes ich rede jetzt von der Verletzung des Tauhid wie zum Beispiel jemand der eine sagt ich glaube an einen Gott und gleichzeitig betet der andere Götter das ist dann kein Tauhid das ist Schirk und miteinander ist es nicht mehr vereinbar und deswegen sagte Allah subhanahu wa ta'ala im Koran Al-Karim an zahlreichen Stellen verbietet er uns den Schirk in jeglicher Form Allah sagte wa'budu allaha wa la tushriku bihi shay'a das heißt dient Allah und gesellt ihm überhaupt nichts bei gar nichts so klein es auch sein mag zum Beispiel das Schwören das Schwören bei jemandem anderen außer Allah ist eine Form von Schirk ob du schwörst bei einem Propheten oder schwörst bei einem Engel oder schwörst bei deinem Vater oder schwörst bei deinen Vorvätern oder schwörst bei irgendwas anderem das Schwören bei jemandem anderen außer Allah subhanahu wa ta'ala ist eine Form von Schirk warum weil das ein Gottesdienst ist und Allah und uns verlangt hat nur bei ihm alleine zu schwören die Tatsache was Allah gesagt hat über seinen Propheten sallallahu alaihlu schwört nur bei mir bedeutet dass es ein Recht ist von Allah ganz allein sobald du es verletzt kommst du in die Kategorie des Schirk möge Allah subhanahu uns davor bewahren deswegen hat der Prophet sallallahu alaihlu 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 gesagt wer bei jemandem anderes gestorren hat außer bei Allah soll la ilaha illallah sagen damit er diesen Fehler wieder ausgleicht damit ihm diese Sünde die er gemacht hat vergeben wird weil la ilaha illallah es gibt niemand der Anbetung würdig ist außer Allah es gibt keinen Gott außer Allah ist genau das was den Schirk wieder aufhebt und wer weiß ist eine Person die in den Islam eintreten möchte und vorher ein Götzendiener war und vorher ein Politeist war er sagt la ilaha illallah und tritt dadurch in den Islam ein wie wir natürlich alle wissen und um die Gefährlichkeit des Schirk auch zu betonen hat Allah im Koran an zwei verschiedenen Stellen gesagt wahrlich Allah verzeiht nicht dass man ihm etwas beigesetzt und er vergibt was darunter liegt wem er will darüber werden wir gleich noch ein bisschen ausführlicher sprechen der Autor sagte weiterhin möge Allah mit ihm zufrieden sein und ihn belohnen und wenn du gefragt wirst welche der drei Grundlagen sind euch verpflichtet worden von der jeder Mensch Kenntnis besitzen muss so sage die Kenntnis des Dieners über seinen Herrn seine Religion und seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam diese drei Dinge muss jeder Mensch wissen warum weil das sind doch genau die Fragen die dem Menschen in seinem Grab gestellt werden jeder Mensch von uns liebe Geschwister jeder Mensch der dieses Leben verlässt wenn er in sein Grab gelegt wird und wie heißt es die Erde über ihn zugeschüttet wird das Grab zugemacht wird und sobald das beendet ist kommen die Engel und befragen den Verstorbenen eben genau diese drei entscheidenden Fragen und zwar wer ist dein Herr was ist deine Religion und wer ist dieser Mann der Mohammed sallallahu alaihi wasallam was weißt du über ihn diese drei Fragen das heißt es sind Fragen die wir nicht nur einfach so glauben sondern Allah wird von uns verlangen aktiv zu antworten auf diese Fragen und deswegen soll jeder Mensch sich darauf vorbereiten was er sagen wird dieser die Kenntnis über Allah subhanahu ta'ala erst einmal ist die Kenntnis über Allah ist der Glaube an Allah einfach nur ein Glaube an Allah im sprachlichen Sinne oder verstehen wir darunter religiös gesehen etwas ganz Spezielles das ist die eine Frage die wir beantworten müssen die wir öfter beantwortet haben auch immer wieder beantworten werden insha' Allah und die zweite Frage ist wie kommt man zur Kenntnis über seinen Herrn subhanahu ta'ala erst einmal wie kommt man zur Kenntnis über seinen Herrn subhanahu ta'ala die Frage wird der Autor die gleich beantworten und deswegen brauchen wir das jetzt nicht vorweg nehmen aber reicht es einfach nur zu sagen ich glaube an fachlich gesehen zu glauben bedeutet etwas für wahr und richtig zu halten sowohl im arabischen als auch im deutschen aber religiös gesehen bedeutet zu glauben nicht nur das sondern religiös gesehen bedeutet zu glauben dass man nicht nur das im Herzen trägt sondern dass man auch danach lebt das heißt dass man es ausspricht und auch danach handelt dazu gehört im ersten das Gebet deswegen sagte der Prophet der Unterschied zwischen uns Muslimen und ihnen Ungläubigen ist das Gebet wer es unterlässt ist Ungläubig warum weil das ist ja die erste praktische Ausübung nach der Schahada nach dem Ausbruch des Bekenntnisses dass man seinen Herrn als den einen einzigen Gott anerkennt subhanahu ta'ala aber natürlich wenn wir zusammenfassen wie erkennt man Kenntnisse über seinen Herrn Erkenntnis über ihn über seine Zeichen über seine Zeichen und seine Zeichen sind zweierlei Art es gibt Zeichen im Sinne von der Schöpfung wie wir sehen werden und es gibt Zeichen im Sinne von seiner Offenbarung seiner Ayat des Koran Karim oder beziehungsweise die Hadithe des Propheten das heißt über die Offenbarung diese zwei Wege der Erkenntnis haben wir um Informationen über unseren Herrn zu erlangen die Kenntnis über unsere Religion damit ist gemeint dass wir wissen worin unser Wohl liegt dass wir wissen wie gelangen wir ins Paradies dass wir wissen was ist der Sinn unseres Lebens dass wir wissen was wird von uns verdankt in diesem Leben und was müssen wir vermeiden in diesem Leben worin liegt unsere Glückseligkeit das ist mit Religion gemeint denn die Religion liebe Geschwister im islamischen Sinne ist keine Sache die man nur in der Moschee praktiziert sondern Ad-Din ist eine ganze Lebensweise Religion wie das viele Kuffar verstehen ist dass man etwas schönes glaubt du hast religionsfreiheit aber im islam wir verstehen nicht darunter dass man etwas glaubt sondern wir verstehen darunter eine gesamte Lebensweise deswegen sehen wir der islam mischt sich ein in jede Angelegenheit es gibt keine Angelegenheit wo der islam sagt mach was du willst der islam mischt sich jede Angelegenheit ein ob das ums essen oder trinken geht oder um die Auswahl der Frau geht die man heiratet oder ob die Art und Weise wie man betet warum weil wir sind Diener Allahs von A bis Z es geht um die Kenntnis unseres Herrn die Kenntnis unserer Religion und die Kenntnis unseres Propheten Muhammad was bedeutet es unseren Propheten Muhammad zu kennen dazu gehört dass wir sein Leben studieren dass wir etwas erfahren über seine Biografie was hat er gemacht was hat er getan dass wir erfahren etwas über seine Ibadah dass wir erfahren über seinen Charakter den er gehabt hat dass wir etwas erfahren über seine Politik die er betrieben hat mit seinen Gegnern oder auch mit den Muslimen und das sind die drei Fragen liebe Geschwister wer ist dein Herr was deine Religion und wer ist dein Prophet das sind die drei Fragen liebe Geschwister die wir zu wissen haben der Autor hat hier eine sehr schöne Art und Weise verwendet um unsere Aufmerksamkeit zu erwecken denn natürlich dass man keine Angst hat jeder Mensch von uns wird wenn er gefragt wird er antworten gemäß dem was er tatsächlich in diesem Leben gemäß dem wie er gelebt hat in diesem Leben also nicht dass jemand denkt wenn er nicht reden kann er wird nicht reden können oder wenn er taubstummen ist dass er nicht reden kann all die Sachen das ist nicht relevant Allah der dich und mich hat reden lassen er wird auch im Stande sein den taubstummen auch reden zu lassen hören zu lassen wenn er im Grab ist denn er hat dem einen die Nehme gegeben dem anderen hat sie nicht gegeben und später gibt er sie wieder gemäß den Taten die Menschen begangen haben und deswegen sagt er zu dir wenn du gefragt wirst lieber Bruder wer ist dein Herr wie würdest du darauf antworten entweder kannst du dir selbst was überlegen du kannst sagen mein Herr ist Allah aber wir wollen jetzt eine Antwort haben die unseren Herrn auch genügend beschreibt so dass wenn ein Christ dich fragt ein Atheist dich fragt wen betest du denn an dass du sagen kannst mein Herr ist Allah der so und so ist und das hat er dir vorgegeben und deswegen gibt es Muslime die auch diese Texte einfach auswendig lernen natürlich soll man auch verstehen was man sagt er gibt dir ihr gemäß lebst erfolgreich sein wirst in deinem Diesseits und deinem Jenseits wenn du gefragt wirst wer ist dein Herr so sage es geht hier um das aktive Wissen wenn ich sagen würde Allah ist der uns erschaffen hat das weißt du aber die Frage ist kann man es auch selbst ausdrücken er sagt so sage mein Herr ist Allah der jenige der mich und all seine Welten bewohner und Entschuldigung der mich und all die Welten Bewohner durch seine Gabe erzogen hat und er ist der den ich anbete und außer ihm bete ich nichts an Allah ist mein Herr der mich und all seine Welten Bewohner durch seine Gabe erzogen hat was heißt durch seine Gabe erzogen hat der Begriff Rabb im Arabischen kommt vom Arabischen Begriff Rabbah heißt Erziehen das heißt der Rabb ist unter anderem der Erzieher und inwiefern ist Allah subhanahu ta'ala unser Erzieher erzieht dich durch seine Gaben die er dir gibt er erzieht ich meine was bedeutet erziehen erziehen kann man sicherlich verschiedenartig definieren aber erziehen bedeutet unter anderem dass man jemanden so weit bringt dass er letztendlich auf eigenen Beinen stehen kann und durchs Leben gehen kann und seinen Weg zum Paradies führt also der erfolgreiche Vater die erfolgreiche Mutter die erzieht ihr Kind so weit dass sie ihren Weg dass das Kind seinen Weg ins Paradies findet richtig wenn das geschafft hat dann Alhamdulillah freut sich jeder Vater jede Mutter wenn das eigene Kind ein gläubiges Kind ist und seinen Herrn subhanahu ta'ala kennt und weiß wie es ihn anzubeten hat Allah und ihm gebührt das höchste Gleichnis er schenkt dir Augenlicht er schenkt dir eine Nase zum Riechen eine Zunge zum Sprechen und Hände zum Fühlen und so weiter und so fort ein Kopf zum Denken also ist er erst recht derjenige der dich auf diesem Weg leitet der dir diese Ni'ma gibt diese Gaben gibt diese Geschenke gibt diese Gunstar Weisungen gibt damit er dich subhanahu ta'ala erzieht zu einem aufrichtigen Diener der eine ist dankbar imma shakiran und imma kafura und der andere ist undankbar Allah subhanahu ta'ala hat in Surat Al-Insan uns gesagt dass er den Menschen hörend und sehend gemacht hat die einen sind dankbar das heißt sie benutzen das Hören und das Sehen die Sinnesorgane um ihrem Herrn zu dienen und die anderen sind kafur die sind undankbar oder sie sind ungläubig warum? weil sie diese Dinge benutzen und ihrem Herrn nicht danken deswegen kannst du sagen mein Herr ist Allah der mich und alle Weltenbewohner durch seine Gaben erzogen hat subhanahu ta'ala und er ist der Dinge den ich anbete und außer ihm bete ich nichts an und der Beweis ist die folgende Aussage Allah sagte Alhamdulillahi Rabbil Alamin alles so wird Allah dem Rabb der Weltenbewohner und das ist immer noch die Antwort auf die Frage weil wir möchten eine Antwort haben mit einem Beweis und was gibt es für einen besseren Beweis als eine Eie aus dem Koran also wenn dein Herr dich am Tag der Auferstehung fragt warum hast du das und das und das geglaubt und du sagst weil du das und das im Koran gesagt hast dann ist das die beste Beweisführung die du überhaupt bringen kannst alles so gebet Allah dem Herrn der Welten Welten ist alles außer Allah Welten ist alles außer Allah was für Welten gibt es es gibt verschiedene Welten Allah Allah weiß wie viele Welten es gibt es gibt die Welt der Menschen es gibt die Welt der Tiere und unter der Welt der Tieren gibt es wiederum viele Welten es gibt die Welt der der Näherstiere und es gibt die Welt der Landtiere und so weiter und so fort es gibt die Welt der Djinn es gibt die Welt der Planeten es gibt die Welten der Djinn es gibt die Welt der Engel und so weiter und so fort das sind alles verschiedene Welten und all das sind Welten Entschuldigung alles außer Allah subhanahu wa ta'ala sind Welten das heißt Schöpfen und dann sagst du ich bin ein Teil dieser Welt Alhamdulillahi Rabbil Alamin alles subhanahu wa ta'ala dem Rabb das heißt derjenige der alle Welten erzogen hat durch seine Gaben und Welten ist doch alles außer Allah also bin ich ein Teil dieser Welt und bin ich ein Teil derjenigen die Allah subhanahu wa ta'ala mit seinen Gaben erzogen hat und wenn du gefragt wirst wie hast du deinen Herrn erkannt es könnte doch sein dass jemand zu dir kommt und sagt du glaubst nur an Allah weil dein Vater es dir so beigebracht hat und weil du als du klein warst man dir 50.000 Mal gesagt hat glaub an Allah glaub an Allah glaub an Allah und du bist Muslim und Islam ist die Religion Islam ist die wahre Religion und keine Religion wird anerkannt außer der Islam und so weiter könnte doch sein dann sagst du inshaAllah ta'ala ist es auch so dass du nicht jemand bist der einfach nur glaubt weil seine Eltern ihm etwas beigebracht haben sondern du sagst wie hast du deinen Herrn erkannt Antwort ich erkenne ihn durch seine Zeichen ich erkenne ihn durch seine Zeichen durch seine Geschöpfe und zu seinen Zeichen gehören Himmel Entschuldigung Nacht Tag Sonne Mond und zu seinen Geschöpfen gehören die sieben Himmel und die sieben Erden und so weiter und so fort darüber brauchen wir natürlich jetzt nicht im Einzelnen intensiv eingehen aber was wir natürlich warum hat der Autor diese Geschöpfe erwähnt naja weil Mond und Sonne subhanallah das ist ein Zeichen der Ordnung Allahs in diesem Universum wenn es Sonne und Mond nicht gäbe wie sollten die Leute ihre Berechnungen machen egal wie fortgeschritten die Menschen sind die zählen immer noch mit Tagen und ein Tag ist nun einmal die Zeit die die Erde braucht um sich einmal um ihre eigene Achse zu drehen und die Sonne ist eben wie es ist für uns wichtig für die Berechnung des Jahres und so weiter und so fort das heißt egal wie modern wir werden wir sind immer noch wir bleiben abhängig von diesen Gestirnen die Allah subhanallah uns erschaffen hat und stellt euch einmal vor wie katastrophal es wäre wenn jedes Jahr die Erde sich unterschiedlich schnell drehen würde oder die Sonne unterschiedlich schnell oder das eine gestirte und das andere mal schnell mal langsamer und es wäre nicht berechenbar gewesen das wäre für uns fatal und wir könnten uns nicht daran orientieren deswegen das gehört zur großen Ni'me von Allah subhanallah zu seinen Geschöpfen in denen wir Zeichen Allahs sehen sind die sieben Himmel natürlich jedes Geschöpf ist ein Zeichen Allahs weil jeder gesunde Menschenverstand sagt von nichts kommt nichts nichts kann nicht etwas erschaffen richtig deswegen ist er nichts da aber etwas da ist ist es ein Zeichen dass jemand es dorthin gesetzt hat und jemand es gemacht hat und deswegen ist jedes Geschöpf ein Zeichen aber warum hat er Himmel und Erde erwähnt naja weil das die für uns Auge des Betrachters die größten Zeichen sind die wir gerade sehen können und natürlich weil das Allah eben erwähnt hat er sagt ja die sieben Himmel und die sieben Erden obwohl natürlich wir nur diese eine Erde kennen und nur diesen einen Himmel auch kennen im Sinne von nur diese einen Sachen sehen können und subhanallah wenn man verinnerlicht wie Allah sagt dass er sieben Himmel erschaffen hat als würde er sagen ich bin ich habe ich bin imstande nicht nur diesen einen Himmel zu erschaffen sondern ich bin auch imstande einen zweiten Himmel zu schaffen der größer ist als der erste ihr wisst der Vergleich der Himmel untereinander ist so wie wenn du dir eine große Wüste vorstellst und in dieser Wüste befindet sich ein Ring das Verhältnis der gesamten Wüste zu diesem Ring ist das Verhältnis eines Himmels zum anderen Himmel und dann sagt er dir ich bin auch imstande einen dritten zu erschaffen und einen vierten Himmel und einen fünften Himmel bis du glaubst dass ich imstande bin zu erschaffen was ich will subhanahu wa ta'ala und deswegen hat er subhanahu wa ta'ala sieben Himmel erschaffen und die Erde das gleiche das ist die Erde die du siehst aber Allah hat im Koran darauf hingewiesen dass er nicht nur eine diese Erde erschaffen hat sondern eine zweite und wenn er will schafft er eine dritte hat er auch und eine vierte und eine fünfte und eine sechste und eine siebte und wenn er will hätte er mehr und wenn er wollte hätte er weniger erschaffen subhanahu wa ta'ala deswegen weist das zweifellos auf die Allmacht Allahs subhanahu wa ta'ala hin und der Beweis dafür dass die Zeichen Allahs oder dass das alles Zeichen Allahs sind an denen man unseren Herrn erkennen kann ist die Aussage im Koran und zu seinen Zeichen gehören die Nacht und der Tag die Sonne und der Mond werft euch weder vor der Sonne noch vor dem Mond nieder sondern werft euch vor Allah nieder der sie erschaffen hat wenn ihr ihm tatsächlich dient und eben so sagt Allah subhanahu wa ta'ala kleiner Hinweis diese Ayat Allah sagt dass er Himmel und Herde erschaffen hat und dass wir uns nicht vor diesen Gestirnen niederwerfen sollen sondern vor demjenigen niederwerfen sollen der diese Dinge erschaffen hat das weist darauf hin Alhamdulillah dass unsere Religion unser Aqida unsere Glaubensüberzeugung klar ist und deutlich ist und einfach ist und nachvollziehbar ist keine komplizierte Sache ist keine Dreifaltigkeit die keiner verstehen kann und kein Götzendienst bei dem es eine Konkurrenz gibt von Göttern Gott bewahre sondern es ist eine klare und einfache Religion und das ist auch einer der Hauptgründe und Allah weiß am besten Bescheid warum die Menschen zum Islam finden warum viele Menschen den Weg zum Islam finden weil sie sehen dass die Religion ist deutlich also sie ist deutlich und gleichzeitig sie einfach und verständlich warum weil natürlich sie mit der Fetra des Menschen übereinstimmt Allah hat ja den Menschen subhanahu wa ta'ala Allah hat ja den Menschen bevor er uns auf die Erde gesetzt hat hat er von Adam alaihissalam die gesamte aus Adam die gesamte Schöpfung wie heißt es genommen wie es im Koran heißt auf eine Art und Weise Allah weiß wie aus dem Rücken von Adam und dann hat er mit allen Menschen gesprochen wie es in Surat al-An'am heißt wa idh akhad rabbuka min bani Adem min zuriata Entschuldigung und als dein Herr sinngemäß von Adam seine Nachkommenschaft genommen hat und er zu ihnen gesagt hat bin ich nicht euer Herr und die sagten Bala die sagten selbstverständlich das heißt wir alle haben bereits Zeugnis abgelegt dass Allah unser einziger Herr ist wie zeigt sich das in diesem Leben in der natürlichen Veranlagung des Menschen in der Fetra des Menschen derjenige Mensch der noch nicht beeinflusst worden ist von seinen Eltern von 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 irgendwelchen Menschen die ihn vom rechten Weg abgebracht haben wenn er hört la ilaha illallah wenn er aufgerufen wird Allah als den einzigen Gott anzubilden er wird das akzeptieren deswegen die Menschen viele befinden sich ihre Fetra sie hören vom Islam und sie sagen das stimmt wunderbar überein mit dem was ich in meinem Herzen verstehe und glaube im Gegensatz zu Irrlehren wie zum Beispiel dem Buddhismus wo gelehrt wird zum Beispiel dass das Ziel eines Menschen ist dass er ausgelöscht wird aus seiner Existenz Allahu Akbar wenn jemand sich darüber einmal Gedanken macht er bekommt Angst weil er möchte nicht aufhören zu existieren der macht Angst vom Tod und jetzt willst du nicht nur sterben sondern du willst aufzuhören zu existieren für alle Ewigkeit das Nirvana wie sie es nennen das ist eine Katastrophe und deswegen wird das niemals die Religion sein die die wahr sein kann warum weil sie widerspricht dem womit ich erschaffen worden bin ja wie ich werde erschaffen und dann soll ich etwas machen was gegen meine eigene Schöpfung ist nein ich mache etwas was zu dich mit meiner eigenen Schöpfung übereinstimmt dann liebe Geschwister eine weitere Ayah Allah sagt sinngemäß übersetzt gewiss euer Herr ist Allah der die Himmel und die Erde in sechs Tagen erschuf Subhanallah Himmel und Erde in sechs Tagen Himmel und Erde in sechs Tagen Allah Subhanahu Wa Ta'ala all das was wir sehen können in sechs Tagen hat er das erschaffen ich meine das ist eine Sache die ist nicht vorstellbar und wenn Allah wollte Subhanahu Wa Ta'ala hätte er auch die Himmel und Erde in fünf Tagen erschaffen können oder in acht Tagen in mehr oder in weniger das spielt alles keine Rolle aber er hat uns aufgrund er hat uns mitgeteilt dass es sechs Tage sind deswegen glauben wir daran dass es sechs Tage sind und Allah weiß warum er hätte es auch kürzer machen können wenn er wollte er sagt zu einer Sache nur sei und dann ist sie richtig genauso wie er den Menschen durch sei zum Leben erweckt so ist all diese Schöpfung für ihn ein leichtes und Allah sagte extra im Koran als Antwort und Widerlegung des Glaubens der Christen und der Juden als sie behauptet haben dass Allah Subhanahu Wa Ta'ala Gott bewahre müde geworden ist nachdem er Himmel und Erde erschaffen hat er sagte Subhanahu Wa Ta'ala Das heißt er ist nicht müde geworden durch die Erschöpfung durch die Erschaffung von Himmel und Erde und Subhanallah auch wenn man logisch darüber nachdenkt wenn jemand zu einer Sache nur sagt sei und dann ist sie wodurch wird er dann müde oder wie glaubt ihr hat Gott Himmel und Erde erschaffen ja deswegen er sagt zu einer Sache sei und dann ist sie wie wird man dadurch müde ich weiß es nicht deswegen der Glaube der Muslime ist immer Alhamdulillah der einfache und der klare und der deutliche Glaube der auch nicht zu widerlegen ist du kannst ihn nicht widerlegen dann sagt er weiterhin Subhanahu Wa Ta'ala gewiss euer Herr ist Allah der die Himmel und die Erde in sechs Tagen erschuf und sich hierauf über den Thron erhob er lässt das heißt Himmel und Erde hat er erschaffen Subhanahu Wa Ta'ala und danach erhebt er sich über die größte Schöpfung überhaupt die es gibt der Thron Allah Subhanahu Wa Ta'ala ist die größte Schöpfung überhaupt wir kennen die sieben Himmel als die größte Schöpfung und danach den Thron Schemel Allah Al-Kursi und danach den Thron Allah Subhanahu Wa Ta'ala und Allah Subhanahu Wa Ta'ala der Herr der Welten hat sich über diesen Thron hoch erhoben der Thron ist also die größte Schöpfung und er ist darüber im übertragenen Sinne als auch in Wirklichkeit ist er darüber Subhanahu Wa Ta'ala insofern ist er der größte Subhanahu Wa Ta'ala und auch der höchste deswegen sagen wir auch unseren Gebeten immer Subhanahu Rabbiyal A'la Al-A'la ist der höchste höchste in welcher Hinsicht in beiden Hinsichten im betragenen Sinne als auch in Wirklichkeit als auch in Wirklichkeit deswegen jeder Mensch der an seinen Herrn denkt dessen Gedanken richten sich automatisch nach oben weil der Mensch von Natur aus so gepolt ist wie man sagt dass er glaubt dass sein Herr hoch oben im Himmel ist und nicht auf der Erde und nicht vermengt mit seiner Schöpfung wie das die irregeleiteten Sekten sagen mit Allah Subhanahu Wa Ta'ala bewahren Er Subhanahu Wa Ta'ala er lässt die Nacht den Tag überdecken wobei sie ihn eilig einzuholen versucht und er schuf auch die Sonne den Mond und die Sterne durch seinen Befehl dienstbar gemacht das heißt alles ist sein Befehl damit du nicht irgendwie falsche Gedanken eingepflanzt bekommst dass alles zufällig erschaffen sein soll nach einer Explosion wo sich dann die einen Moleküle mit den anderen verbunden haben und aufgrund von Gravitation irgendwie was zusammengekommen ist und zufälligerweise mal ein Universum entstanden ist in dieser Perfektion wie wir es sehen sondern Allah Subhanahu Wa Ta'ala hat hin mit Erde und Sonne und Mond und Gestirne erschaffen aber alles gemäß seinem Befehl Subhanahu Wa Ta'ala es ist also kein Durcheinander sondern es ist eine Ordnung Allah sagt sicherlich sein ist die Schöpfung und der Befehl segensreich ist Allah der Herr der Welt Subhanahu Wa Ta'ala Surat Al-A'raf Vers 54 und die letzte Ayah für heute Inshallah Ta'ali der Autor erwähnt hat und der Herr ist der Anbetungswürdige das heißt er will dir sagen wir haben den Begriff Rabb Rabb ist unser Herr Allah Subhanahu Wa Ta'ala ist unser Rabb er will dir sagen dass aus wir haben gesagt Rabb bedeutet unter anderem dass er der Schöpfer von allen Dingen ist weil einer der Begriffe von Rabb ist eine Bedeutung von Rabb ist Khaliq der Schöpfer von allen er will dir jetzt sagen dass wenn du Allah als deinen Rabb anerkannt hast so wie das die Götzendiener gemacht haben sie haben Allah als ihren Rabb anerkannt dann folgt daraus automatisch dann folgt daraus zwangsläufig dass er der Anbetungswürdige ist dass er dein Ilah ist und dein Gott ist und dass das eine vom anderen nicht trennbar ist und dass deswegen die Götzendiener auf dem Irrweg sind weil sie Allah als ihren Herrn anerkannt haben aber sie trotzdem neben ihm andere angebetet haben weil man könnte sagen wo ist der Zusammenhang wir sagen der Zusammenhang ist deutlich im Koran Karim zu finden Allah sagte sinngemäß in Surat al-Baqarah der 21. und 22. Ayah O ihr Menschen Ya Eyuhannas U'budu Rabbakum dient eurem Herrn ok das ist der Zusammenhang dient die Dienerschaft Al-Uluhiyah zusammen mit Al-Rububiyah Uluhiyah mit Rububiyah ist nicht voneinander zu trennen das eine folgt aus dem anderen das eine ist mit dem anderen verknüpft O ihr Menschen dient eurem Herrn macht Ibadah für euren Rabb der euch und diejenigen vor euch erschaffen hat auf das ihr gottesfürchtig werden möget der euch die Erde zu einem Ruhebett und den Himmel zu einem Gebäude gemacht hat und vom Himmel Wasser herabkommen lässt durch das er dann für euch Früchte als Versorgung hervorbringt Allah erzählt uns in dieser Ayah dass die Tat dass er der Rabb ist dass er der Lenker des Universums ist dass er der Schöpf bedeutet dass er derjenige ist der die Erde zu einem Ruhebett gemacht hat dass er den Himmel zu einem Gebäude gemacht hat dass er derjenige ist weil er der Rabb er derjenige ist der das Wasser herabkommen lässt also gebührt ihm einzig und allein auch die Dankbarkeit die Dankbarkeit wenn du Allah danken willst wie willst du Allah danken Allah braucht deinen Dank nicht Allah ist anders als du nichts ist ihm gleich also wie willst du ihm danken subhanahu wa ta'ala du musst ihn fragen oh Herr wie soll ich dir danken Allah ist anders als wir Allah ist kein Geschöpf er ist der Schöpfer wie soll ich dir danken oh Herr er sagt dir bete mich an das ist das Zusammenhang so einfach ist er und diese Anbetung nicht diese Anbetung braucht er nicht einmal er verlangt sie von dir und sie ist zu deinem eigenen Gunsten und deswegen endet die Eier und sagt so stellt Allah nicht andere als seinesgleichen zur Seite wo es noch besser ist Andad ist der Plora von Nid Nid sind Partner Teilhaber Gleichgesinnte deswegen als der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal gefragt worden ist was ist die schwerwiegendste Sünde da sagte er dass du Allah jemandem beigesetzt wo er doch derjenige ist der dich erschaffen hat und in diesem Zusammenhang natürlich gibt es viele Ayat und viele Hadithe die darauf hinweisen dass das wesentliche was Allah von uns verlangt hat dass wir ihn alleine anbeten und ihm niemandem beigesand aber ich will wie gesagt dass wir diesen Zusammenhang verstehen ich will das im Zusammenhang verstehen der dem Kathir beendet das ist der letzte Satz für heute er sagte der Schöpfer der Schöpfer von all diesen Dingen ist derjenige der der Anbetung würdig ist der Schöpfer von all den Dingen ist derjenige dem die Anbetung einzig und allein gebührt weil die Zusammenhang ist wenn Allah derjenige ist der dir Gaben gibt und mich mit Gaben überschüttet sodass du in diesen Gaben versinkst und du dankbar sein möchtest wie willst du dankbar sein einem Menschen gegenüber kannst du dankbar sein indem du ihm sagst Dank indem du ihm etwas indem du ihm die gute Tat mit einer guten Tat ausgleichst oder entgegen ist indem du von ihm übel abwendest aber all diese Dinge für Allah sie bringen nichts weil was heißt sie bringen nichts ich meine all diese Dinge du weißt erst dass Allah etwas von dir will wenn er es dir mitgeteilt hat weil du kannst nicht von den Menschen auf den Schöpfer subhanahu wa ta'ala schließen es geht nicht weil Allah ist anders als die Menschen also fragst du ihn oh Herr wie möchtest du denn dass ich dir dankbar bin er sagt dir indem du mich alleine anbetest und mir nichts beigesetzt und das ist der Zusammenhang und er ist sehr einfach zu verstehen und möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit und möge Allah subhanahu wa ta'ala euer Wissen und mein Wissen vermehren und unseren Iman stärken an Allah subhanahu wa ta'ala und möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Sitzung nicht zur letzten Sitzung machen die wir haben so dass wir inshallah noch mehr profitieren können aus den Worten des Gelehrten möge Allah subhanahu wa ta'ala ihnen barmherzig sein und jedem Gelehrten barmherzig sein der in der Vergangenheit gelebt hat der heute noch unter uns verweilt und auch in der Zukunft verweilen wird möge Allah ihnen ihre Sünden vergeben möge Allah subhanahu wa ta'ala sie um Rangstufen erhöhen möge Allah subhanahu wa ta'ala sie mit den Propheten und den Märtyrern und mit den Wahrheitsliebenden und den Rechtschaffenden Menschen auferstehen lassen möge Allah subhanahu wa ta'ala ihnen die höchsten Stufen im Paradies gewähren dafür dass sie uns unsere Religion gelehrt haben und dass sie die Religion des Islam uns weitergegeben haben ohne etwas daran zu verändern sondern sie haben sie genauso weitergegeben wie sie sie gehört haben von ihren Gelehrten zuvor und Salallahu alaihi wa sallam wa barak ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam teslima kathira.